Zu den größten Nachteilen von Opioiden, wie zum Beispiel Fentanyl, Oxycodon, zählt, dass es plötzlich zu einer Herabsetzung der Atemung kommen kann, einer sogenannten Atemdepression. Das ist nicht häufig, das ist sehr, sehr selten, aber es kann lebensgefährlich sein. Das kann passieren aufgrund einer Überdosierung, absichtlich oder unabsichtlich. Das ist dann ein typischer Notfall auch. Und was hat man da? Da hat man das sogenannte Antidot Naloxon, also ein Gegenmittel. Und auf Naloxon gehe ich jetzt einmal ein. Ich erkläre, was Naloxon ist, wie Naloxon wirkt, die Anwendungsgebiete und auch die Nebenwirkungen von Naloxon. Also wenn Sie das interessiert, dann gerne schauen Sie sich jetzt das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weige. Ich bin Arzt und arbeite und forsche schwerpunktmäßig im Bereich der Schmerztherapie. Und sehr, sehr wichtige Schmerzmittel sind bekanntermaßen die Opioide. Die sind sehr, sehr potent, sind sehr, sehr wichtig, gerade zur Behandlung chronischer Schmerzen. Sie werden nach dem WHO-Stufenschema eingenommen. Darüber habe ich auch bereits ein Video gemacht. Auf der Stufe 2 die schwach wirksamen Opioide oder auf der Stufe 3 die stark wirksamen Opioide. Man kann diese akut einnehmen, bei akut starken Schmerzen oder in Form von Retard-Tabletten, das heißt, wo der Wirkstoff langsam abgegeben wird. Und manchmal, das haben Sie vielleicht schon einmal gesehen, sind in diesen Retard-Tabletten nicht nur zum Beispiel das Oxycodon, sondern noch Naloxon. Und man fragt sich, was ist dieses Naloxon überhaupt? Es ist kein Medikament gegen die Schmerzen, sondern es ist sozusagen ein Gegenmittel gegen das Opioid und es hat da bestimmte Wirkungen und die erkläre ich jetzt einmal. Naloxon ist ein halbsynthetisch hergestelltes Arzneimittel und es ist ein Gegenmittel zu einer Opioid-Vergiftung. Es wurde 1961 patentiert in den USA und dann einige Jahre später zugelassen. Man kann es ja bekommen, dargereicht bekommen, typischerweise IV, das heißt, es wird gespritzt, aber auch, was ich eben schon einmal angedeutet habe, als Kombinationspräparat in Tabletten. Da ist es sozusagen ein Teil einer Tablette und relativ neu, auch als Nasenspray. Als Nasenspray gibt es jetzt noch nicht so lange. Das kann man dann ab 14 Jahre verwenden. Und das Gute ist dabei, man muss sozusagen kein medizinischer, oder man kann ein Laie sein, weil man es nicht spritzen muss, nicht in die Vene spritzen muss, sondern als Nasenspray nimmt. Und da hilft es auch bei einer akuten Opioid-Vergiftung, also dass man sozusagen auch als Laie sofort handeln kann, in den Notfall sofort handeln kann. Ganz wichtig aber, wenn das einmal passiert, trotzdem natürlich danach den Notarzt anrufen. Durch so eine Einmalgabe ist natürlich das Problem prinzipiell nicht gelöst, aber in der Akutsituation kann das helfen. Welche Wirkung hat Naloxon? Kurz möchte ich einmal die Wirkung von Naloxon erklären. Wieso ist es ein Gegenmittel zu Opioiden? Da muss man einmal verstehen, die Opioide, wie zum Beispiel Fentanyl, Oxycodon, haben eine Struktur und die nimmt man ja dann oft als Tablette zu sich und die docken dann im Körper an bestimmte, man nennt das Rezeptoren an. Stellt man sich vor, das ist der Rezeptor zum Beispiel, man nennt es auch die Opioid-Rezeptoren. Und an dieser Stelle dockt dann hier als Beispiel das Opioid so an. Und wenn es dann hier andockt, dann entfaltet es seine Wirkung, wie zum Beispiel eine Schmerzreduktion. Das Naloxon hat eine ähnliche Struktur wie die Opioide und dockt ebenfalls an diese Stelle an. Es dockt hier ebenfalls an das Naloxon, aber, und das ist das Wichtige, es macht dann nicht den gleichen Prozess, es macht dann nicht auch eine Schmerzreduktion, sondern es dockt hier sozusagen nur an und belegt den Platz. Und zwar belegt es den Platz, dass dann hier das Opioid nicht mehr rankommen kann, weil das Naloxon ja schon dran ist, weil es schon diesen Platz blockiert. Deswegen nennt man das auch kompetitive Hemmung. Kompetitiv, weil sozusagen die beiden Stoffe, das Opioid und Naloxon, ja im Wettbewerb zueinander stehen zu dieser Andockstelle. Naloxon wirkt relativ schnell, wenn man das IV gibt, also wenn man es spritzt. Und dann dockt halt vor allem das Naloxon schnell an diese Stellen an und damit hat das Opioid sozusagen keine Chancen mehr. Und das führt dann dazu, dass die Nebenwirkungen sozusagen wieder zurückgehen oder diese akute zum Beispiel Atemdepression wieder zurückgeht, weil halt das Naloxon hier dran ist und das Opioid, das hier ebenfalls rumschwimmt, an diese Stellen nicht mehr rankommen kann. Wann wird Naloxon angewendet? Was sind nun die typischen Anwendungsgebiete für Naloxon? Also es ist ja ein sehr interessanter Stoff als Gegenmittel zu Opioiden. Ja, das ist natürlich das erste Anwendungsgebiet im Notfall einer Opioidvergiftung, wenn man es da sozusagen sofort benötigt, ob absichtlich oder unabsichtlich. Und das kann natürlich vorkommen. Dann auch, wenn es zu einer Atemdepression kommt, zum Beispiel aufgrund der zu viel Opioidgabe während einer Narkose, während einer Operation. Auch das kann passieren. Und dann hat man auch das Naloxon, um sozusagen diese Gefahr der Atemreduktion wieder zu beseitigen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist auch zum Herausbekommen, zur Diagnostik einer Opioidabhängigkeit. Warum? Wenn man Opioidabhängig ist, dann entwickelt man, wenn man das Opioid ja nicht mehr hat, wenn man davon einen Mangel hat, sogenannte Entzugssymptome. Und das Naloxon fördert das, diese Entzugssymptome natürlich, weil ja das Naloxon, wie ich eben gesagt habe, hier an diese Stellen andockt. Das Opioid da nicht mehr andocken kann. Und dann kann es zu Entzugssymptomen auf einmal kommen. Und wenn das dann der Betroffene entwickelt, dann weiß man, oh, er entwickelt schon Entzugssymptome. Hier besteht also eine Abhängigkeit. Und das vierte Anwendungsgebiet, das ist in Kombinationspräparaten. Das heißt, man hat irgendwann herausgefunden, herausgefunden, dass es sinnvoll ist, das Schmerzmittel wie zum Oxycodon mit Naloxon zu kombinieren und beide in eine Tablette reinzutun. Mit dem Ziel, dadurch die Nebenwirkungen des Oxycodons zu reduzieren oder des Opioids zu reduzieren. Vor allem natürlich die Gefahren auch einer Überdosierung zu reduzieren. Und natürlich auch den Missbrauch, dass man absichtlich mehrere Tabletten einnimmt, um bestimmte Effekte zu erzielen. Und das Naloxon gleicht das wieder aus. Deswegen findet man das typischerweise in Retard-Tabletten, also in Tabletten, die langsam ihren Stoff abgeben, damit man so auch vermeidet, dass der Patient einen Missbrauch dieser stark wirksamen Opioide betreibt. Kurz zur Dosierung. Die Dosierung ist effektabhängig. Also was will man damit letztlich erreichen? Welche Ziele? Ich habe hier kurz was dazu geschrieben. Ganz wichtig ist das sogenannte Titrationsverfahren. Das heißt, dass man schrittweise das Naloxon gibt, also nicht auf einmal zu viel, weil es dann auch zu Nebenwirkungen, wie zum Beispiel plötzlich starken Entzugssymptomen kommen kann. Also man gibt ein wenig, man wartet dann typischerweise zwei bis drei Minuten, dann gibt man wieder ein bisschen was, man titriert das also. Das ist ganz wichtig bei der Anwendung oder Verwendung von Naloxon. Einmal als Exkurs ganz kurz. Wie erkenne ich nun, ob der Patient oder jemand, der da liegt vielleicht, den ich da finde, eine Überdosierung hat von Opioiden absichtlich oder unabsichtlich? Ganz wichtig, sprechen Sie als erstes den Patienten oder den Betroffenen an. Kontrollieren Sie die Atmung. Denn ganz typisch ist, oder das ist die große Gefahr, dass es zu einer Atemdepression bis zu einem Atemstillstand kommen kann. Dann gucken Sie sich zum Beispiel auch die Pupillen an. Diese sind typischerweise ja verkleinert bei einer Opioidvergiftung. Auch die Körpertemperatur ist zum Beispiel erniedrigt. Aber daran erkennt man oftmals schon typischerweise also dieser Atemstillstand, sehr kleine Pupillen. Und wenn Sie das merken, dann als erste Maßnahme, wenn Sie da sind, stabile Seitenlage und dann natürlich sofort den Notarzt anrufen, lassen Sie den Betroffenen nicht alleine. Das ist auch immer sehr wichtig. Welche Nebenwirkungen können durch Naloxon auftreten? Wie immer ist es auch bei Naloxon so, Wirkung und Nebenwirkung. Und das ist wichtig zu wissen. Also wenn man Naloxon zu schnell, zu viel gibt, dann kann es zu der Entzugssymptomatik kommen, wie ich bereits gesagt habe. Deswegen ganz wichtig, das Titrationsverfahren, um diese Entzugssymptome, wenn man die einmal auslösen möchte, um zum Beispiel zu prüfen, ob jemand Opioidabhängig ist, dann macht man das sozusagen absichtlich. Darüber hinaus kann Naloxon noch andere Nebenwirkungen haben, habe ich hier einmal aufgelistet, typischerweise Übelkeit erbrechen. Auch ein Herzrasen, natürlich auch eine schnellere Atmung, sozusagen das Gegenteil von der Gefahr durch die Opioidüberdosierung. Das war einmal ein Beitrag zum Antidot, so nennt man das, Naloxon, also als Gegenmittel zu Opioiden, wenn man eine Opioidevergiftung hat. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu. Vielen Dank.